Hallo Leute, heutiges Thema, wie man richtig am Sandsack trainiert. Denn oftmals ist es leider so, dass die meisten es falsch machen. Wie machen sie es nämlich? Die meisten kontrollieren nicht den Sandsack, sondern der Sandsack kontrolliert sie. Was meine ich dabei? Das zeige ich euch jetzt. Also, wenn jetzt zum Beispiel der Sandsack sich bewegt, dann bleiben sie stehen, können nicht ordentlich die Hände hauen. Was machen die meisten? Sie hauen auch so. Was habe ich jetzt gemacht? Einfach alles nur aus den Armen geschlagen, wilde Schwinger gehauen, das bringt alles gar nichts. Keine richtige Distanz gehabt und somit hat der Sandsack uns kontrolliert und nicht eigentlich ich ihn, wie ich das eigentlich machen muss. Wie macht man es nun richtig? Ihr guckt erstmal auf die Distanz, das ist das Wichtigste. Wenn ihr jetzt in der Weitdistanz, also lange Arme bringen wollt, dann müsst ihr einfach den Arm ausstrecken, ihr guckt, aha, okay, da ist die Distanz. Von hier muss ich also schlagen, nicht irgendwie von hier. Das ist kein langer Arm, das bringt mir gar nichts. Also wenn ich jetzt so treffe hier, das ist nichts, das ist kein Jab, okay. Der Jab wird lang gebracht, von hier. Bumm, das ist der Jab. Das ist schon mal Punkt eins. Finde deine Distanz, arbeitest du mit geraden Lenden, streck den Arm aus und du hast deine Distanz. Von hier aus kannst du arbeiten, schön mit langen Armen, eins, zwei, Jab, Cross. Eins, zwei, für Hand, Schlaghand, dann bewegst du dich wieder, dann wieder. Bumm, Bumm. Okay, das ist die Distanz. Zweiter häufiger Fehler ist, die meisten schieben den Sandsack. Was meine ich damit? Wenn sie treffen, dann schieben sie. Und was ist passiert? Guckt euch den Sandsack an. Der Sandsack bewegt sich. So, wie soll es aber jetzt richtig sein? Damit der Sandsack den Schlag, den du dann bringst, absorbieren kann, musst du diesen, dieses Schnelle, diesen Impact, Bumm. Das muss ganz schnell passieren. Und wie passiert das? Du bist hier. Bumm, Bumm. Okay, du bist hier. Bumm, Bumm. Was habe ich jetzt gemacht? Der Sandsack bewegt sich zwar, aber bei weitem nicht so, als wenn ich ihn schieben würde, also schubsen würde, drücken würde. Hier. Das ist nämlich falsch, Leute. Nicht drücken den Sandsack. Ihr müsst immer den Sandsack treffen. So treffen, dass er euren gesamten Schlag komplett absorbiert. Und dann wird er auch nur, wird er auch nur ein bisschen schwingen. Also, Bumm, Bumm. Hier. Der bewegt sich jetzt nicht mehr so viel, wie als wenn ich hier drücken würde. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Treff den Sandsack schnell, aber hart. Okay? Wie man es auch so schön sagt, Speed Kills. Okay? Das ist das Stichwort, Leute. So, also, wir haben jetzt einmal geklärt die Distanz. Arbeitest du mit langen Armen, halt hier die Hand raus und dann weißt du ungefähr deine Distanz. Wenn du jetzt aber den Infight simulieren möchtest, also, dass du jetzt wirklich im Nahkampf bist, dann musst du hier rangehen. Okay? Dann hast du die Deckung hier oben und dann kannst du hier unten zum Beispiel arbeiten mit Körperhaken oder mit Aufwärtshaken oder mit Kopfhaken. Das ist dann was anderes. Dann bleibst du nah am Sandsack dran. Okay? Du arbeitest hier. Bumm, Bumm. Wenn jetzt der Sandsack auf dich zukommt, also ich treffe jetzt zum Beispiel 1, 2, 3, 4, dann bewege dich raus. Und so hast du den Sandsack unter Kontrolle. Das ist das, was ich ganz am Anfang meinte, dass die Leute den Sandsack nicht auf Kontrolle haben, sondern der Sandsack, die auf Kontrolle hat. Wann haben wir die Kontrolle über den Sandsack? Indem wir uns mit ihm mitbewegen. Also, wenn er sich jetzt, wenn er sich jetzt gleich auf mich zu bewegt, also ich hau ihn jetzt, 1, 2, 3, 4, Bumm, gehe ich weg. Okay? Dann bin ich wieder hier rein. Schmerkampf. Bumm, Bumm, Jab. Wieder bewegen, bewegen. Distanz halten. Links, links, unten. Wieder weggehen. Rangehen. Treffen, rausgehen. Bumm. Okay? Treffen, rausgehen. Bumm, Bumm. Von der Seite habe ich ihn erwischt. So kontrolliert ihr den Sandsack. Okay? Und ihr müsst es immer so sehen, der Sandsack ist euer Sparingspartner, euer Gegner im Ring. Und so müsst ihr den Sandsack wirklich sehen, dass wenn er auf euch zukommt, bewegt ihr euch weg. Ich gebe euch ein Beispiel. Ihr könnt jetzt auch den Sandsack drücken einmal, nur um zu üben. Okay? Zum Beispiel eure Beinarbeit könnt ihr so üben. Schnell rausgehen. Es gibt auch den Weg hierüber. Also es gibt nicht nur den Weg nach hinten, sondern auch links und rechts kannst auch weggehen, also die Winkel wechseln. Aber dazu kommen wir nochmal zu einem späteren Video dazu. Also mehr erzähle ich euch, wie das funktioniert mit dem Winkelwechsel. Ja, Leute, das war das zum Sandsack. Also Fazit ist, du musst den Sandsack kontrollieren. Sieh ihn als deinen Gegner an und trainier dementsprechend danach. Und... ... Das war's für heute.